hallo leute ich bin es wieder der coach ja ja es geht weiter wir sind ja letztens bei der komischen schlampe da stecken geblieben okay ja okay jetzt mit ruhe und geduld und jetzt ganz gut aufpassen okay das habe ich jetzt geschafft kommt jetzt kommt jetzt noch ein ei neiner feuerball okay noch einmal treffen jetzt nur einmal treffen dann habe ich es geschafft geschafft beim ersten versuch auch noch super alle müssen hab ich und kurs clear ja super 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 ja kein bonus egal sowieso nicht luigi nehmen wir mal okay meins meins dankeschön und tschüss ist eine kombination auf sand und oder wie hey du wie du habe ich wieder hoch die scheiß bomben hey was ist das für ein level was wollen die hier mich verarschen hier los was ist das für ein level egal 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 ich gehe einfach weiter ich gehe einfach mal weiter ich vergiss aber dieses scheiß spaß ist hier ich glaube da oben ist keine münze glaube ich mal jetzt okay hä ach so man kann ja weiter okay ah das ist die erste münze glaube ich nein die zweite okay wo ist die andere münze okay ich hasse dich du scheiß ok 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 jetzt muss jetzt muss ein vogel von rechts kommen super 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 etwas nein da gehe ich mal wieder raus okay auch scheiße headshot gegen vogel du scheiß ein pilz zu glück zu glück zu glück zu glück ok der vogel verfolgt uns auch scheiße scheiße was okay da gibt es nichts wie kommen die ganze bomben von kundi ok die mussten wohl zu mir kommen kommt her und weg man mann ich lasse mich voll hier verarschen von solchen missgestalten ach so man konnte auch noch so was macht das schecker hier so eingesperrt stirbt meins auf scheiße deswegen war es hier scheiße so kommen her ihr scheiß spaß dies was folgt ihr von mir scheiß vergewaltiger es sehen wie klar wartet und jetzt geht weiter ok erst mal hier kurz auskundschaften was da alles hier gibt nach direkt in das in den feuer wahl ok du kannst mit mir scheiß und mann was gibt es da unten eigentlich mann komm her bomben komm her ach du scheiße man noch ein leben ok nein 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 ich nutze den scheiger diesen dicken scheiger hier und mann ich hasse dieses level schon bestimmt ist auch noch richtig schwer scheiße aber ich gebe nicht auf es gibt es noch nicht gewartet bin einer fünften welt ja es gibt noch zwei welten und die siebte welt ist am kürzesten du scheiß 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 vogel jetzt geht weiter ich gebe nicht auf ich raste vielleicht aus aber ich gebe nicht auf meins das bringt nichts scheiße du scheiße wie kommen die ganze tinte hermann die mann 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 ich hasse dieses spiel langsam nein ich hasse ich hasse spiel ja ich hasse das schon vergessen zwei flöger auf einmal was los mit euch okay so geht's auch okay egal wenn du mich jetzt wieder umbringst gebe ich dir eine und ok noch paar sekunden ich hasse sie missgestalten meins meins geht das eine tier dann gehen wir mal kurz jetzt nicht loslassen so jetzt auf einmal und wir sind es im nächsten part tschüss